Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem Video zu Forza Horizon 4, dem ersten nach dem Livestream und ich zeige euch heute hier alle Schaurennen und die Schaurennen sind wie immer in Forza Horizon Bombe. Schaut euch das an, unser erster Gegner. Ein Hoovercraft, wie geil ist das denn jetzt mal ganz ehrlich Leute, das ist doch der Oberburner und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird im Laufe des Jahres, Videos, ja geiler und geiler und geiler auf jeden Fall, so muss man es sagen, weil die Schaurennen sind richtig, richtig geil, lasst euch überraschen, besonders beim vierten Schaurennen, ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, kann natürlich sein, dass ihr euch das Ganze natürlich noch, ja, für den New Release von Horizon aufheben möchtet, dann schaltet es vielleicht lieber ab, aber ansonsten kann ich euch sagen, präsentiere ich euch gleich hier wirklich ein paar richtig mega geile Schaurennen und die möchte ich auch gar nicht so sehr kaputt labern und lasst euch mit dem Rest des Videos alleine, wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich wahnsinnig freuen und vor allem schreibt mir rein, wie gut euch die Schaurennen gefallen haben, weil wie gesagt, ich bin mega begeistert, mir haben sie wirklich wahnsinnig gut gefallen, daher würde mich da natürlich auch sehr eure Meinung interessieren. Ansonsten natürlich gerne abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil ihr dann a, kein neues Video verpasst, wenn ihr die Glocke aktiv habt und b, weil es den Goodie glücklich macht, das ist noch ein super so eine Grundhinter dran, auf jeden Fall. In dem Sinne hoffe ich, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und ja, sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020